Willkommen auf Schloss Böresheim. Schlossgeflüster Open Air nimmt Sie mit auf eine unterhaltsame Zeitreise vom Mittelalter bis zum Kaiserreich. Bei unserer Theaterführung erleben Sie Geschichte und Geschichten rund ums Schloss, wobei die Schauspieler Rollen und Kostüme in atemberaubendem Tempo wechseln. Kommt alle Ihre Leute und lauscht unserer Weise! Man sagt, und das ist wahr, dass Kochen die beste Erzenei sei. Lass das! Ich bin kein einfältig Frauenzimmer, kein Sabinchen. Dort dachte ich sorglich lange, weshalb man auf der Welt sollt leben. Tra la la la, tra la la la, du zerstörst mir die Zwerge in deinem Schirm. Wieso sollte ich denn nicht barfuß gehen, hab keine Schuhe ja anzuziehen. Tra la 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 la... Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heute Herr gewesen ist. Leg ein Geständnis ab. Oder wir finden Mittel, um zu beweisen, dass du eine Hexe bist. In diesem Sinne, ein Hoch auf die Monarchie. Hoch, hoch, hoch! Wollen Sie der Dame in Versen schreiben? Oh nein, keine Verse. Dann also in Prosa? Nein, weder Vers noch Prosa. Mein Name ist Anna von Metzenhausen. Ich bin hier die Schlossherrin. Und ich freue mich, Sie hier alle in meinem neugestalteten barocken Garten empfangen zu dürfen. Um Sie zu unterhalten, habe ich eigens einen Tanzmeister engagiert. Maestro? Wenn ich bitten dürfte, Madame. Mamchin hab ich mich nicht entschuldigt. Nachdem Sie.